Was ist das Hausaufwand in Berlin? Und es entstand der Wunsch, dass auch dort in Bangui eine Art Hausaufwand gebaut wird. Das ist für uns natürlich eine tolle Kooperation. Es ist ein anderer Kontinent, es ist eine völlig andere Konstellation in einem anderen Land. Und dort gemeinsam zu überlegen, jetzt seit mittlerweile drei Jahren, wie könnte so ein Gebäude entstehen, was muss man bedenken, wie kann man eine tiefe Partnerschaft miteinander entwickeln, um dort auch eine ähnliche Konstellation zu entwickeln. Und das ist es, was uns seit drei Jahren jetzt umtreibt. Und ich würde sagen, dass dieses Projekt ein sehr, 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 sehr wichtig ist, weil es dieses Projekt ermöglicht, dass wir alle Fortschritte, die bereits mit den Religionen-Liedern begonnen haben, um die Frieden-Liedern zu bringen, um die Frieden-Liedern zu bringen. Bei dem Haus des Friedens und der Religion handelt es sich um ein Projekt, was extrem ambitioniert ist, und zwar auf verschiedenen Niveaus. Nicht nur, weil die Zentralafrikanische Republik sich im Bürgerkrieg befindet und es vermessen erscheinen mag, ausgerechnet dort jetzt ein Gebäude zu bauen, sondern auch, weil natürlich ein Haus des Friedens, so etwas gibt es eigentlich noch gar nicht auf der Welt. Und es ist die Frage, wie so ein Haus überhaupt aussehen kann. Und dann stellen wir uns als Architekten natürlich verschiedene Fragen. Da geht es um die Typologien, da geht es darum, was soll dort stattfinden und wie kann den in einem Gebäude Ausdruck verliehen werden. Also, wir haben unsere Rolle in der Partikation für dieses Projekt der Maison des Friedens und der Religionen in der Republik Centrafrikanische Republik. Es ist also für uns, die Prämisse zu machen, das ist, dass wir unsere Studierenden in tandem mit den Studierenden der Universität Weimar und wir haben einen Zusammenhang mit dem Studierenden, und wir haben einen Konkurse d'Ideen in unseren Studierenden, die, ich glaube, sind die Zukunft der Grundstück, die ein Unternehmen auf ein paar Dinge, anstatt ein Projekt der Architekturkirchen, die sich für die Ausbildung und die Schülerinnen anwohne, um die Vorstellung zu erarbeiten, Ja, also das ist natürlich ein Prozess, den wir in Kooperation machen zwischen den beiden Universitäten von Weimar und Lomé und das Besondere ist, dass wir das von Weimar, da könnten wir alleine nur scheitern, weil wir natürlich als Außenstehende kommen und gar nicht wissen, was sich tatsächlich abspielt im Land und die Universität von Lomé, das ist dort, wo man, wenn man aus Zentralafrika kommt, studiert, die haben natürlich ein Wissen, was vor Ort vorhanden ist und wir wollen in Dialog treten, wir wollen unsere Studenten miteinander entwerfen lassen, das heißt, dass sie sich gegenseitig Kritiken geben, dass sie gegenseitig sich austauschen. Ich möchte noch einmal noch einmal sagen, dass die Zukunft immer noch ein Wissen und ich freue mich, dass dieses Projekt nicht die Wissen, dass sie die Wissen, in der Wissen, was wir wollen, wie ein Wissen, was wir wollen, wie ein Wissen, wie ein Wissen, für die Paix in der Republik Centro-Afrika.